Moin zu meiner Freundin und willkommen zu einer neuen, also da nichts zu einer neuen Folge und zwar bin ich wieder? Ja, da bin ich wieder. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich war gerade essen und ja, ich wollte ja jetzt nochmal, weil, solange ich beim Essen war, habe ich hier was laufen lassen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich ein paar Level mehr habe, ich... Oh, wie schön! Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich ein paar Level mehr habe, weil ich ein paar Tiere getötet habe und das Fleisch damit ist. Ja, genau. Ich habe es gemacht. Und, gewollt, gewollt. So, dann pflanzen wir mal hier wieder schön an, ne? Zack! Zack, zack! Zack, zack! Schön wieder anpflanzen hier. Zack! Und dann müssen die, glaube ich, jetzt noch ein bisschen wachsen. Ah! Was ist das denn? Also, das sind da hinten, glaube ich... Äh... Was ist denn das nochmal? Sind die schon rei? Ich lasse die noch ein bisschen wachsen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die schon rei sind. Deswegen lasse ich die lieber noch ein bisschen wachsen. Und... Ja. So. Ich... Könnte ja jetzt nochmal erstmal noch schlafen gehen. Und... So, jetzt kann ich schlafen gehen. Äh... Äh... Die einzige Sache ist, ich möchte gerne einen Limonenbogen bauen. Dafür brauchen wir aber Limonen, die wir gerade aber nicht dabei haben. Und... Dafür müssen wir kurz Limonen sammeln gehen, damit wir uns einen Limonenbogen machen können. Äh... Ich weiß es nicht, allerdings gibt es da auch jetzt so, ähm... Ein extra, äh... Bogen für... Ja! Ein extra Bogen, der wird aus einer explosiven Limone und einem Pfeil geöffnet. Welchen Mönch birthday? Ava? Er ist schön... Gimann mal. Gimann mal. Ehm... Ja! Gimann mal... Gimann mal... Gimann mal... Gimann mal... Gimann mal... Ich wünsche mich für eure Klir ein... Ich wünsche mir eure Klir. das super gleicher mann ja dann wollen dann ist es nicht ganz im baum oder habe ich wenigstens eine Wir müssen doch jetzt mal in Limone rauskommen. Oh, du Fisch. Was war das denn? Ja, jetzt haben wir zwei Limonen. Mit denen kann oder kann ich mir jetzt den Limonenbogen machen. Hallo? Wer ist das? Da bin ich wieder. Wer ist das? Ich hab so Angst. Wie geil. Wie geil. Cooler Mensch. Ich hab so Angst. Hallo? Hallo? Wie geil? Was geht? Wie geil. Äh, eine Frage, was hast du hier zu suchen? Können dir einen antippen? Da, da. Oh mein Gott. Hallo Fremder. Ich bin Wiegalt. Da wir uns gerade getroffen haben, wollte ich dich was fragen. Ob du für mich was erledigen kannst. Das wäre sehr nett von dir, wenn du mir den gefallen machen würdest. Oh. Mein. Gott. Ich hätte mir den jetzt schlimmer vollgestellt. Aber der sieht auch nicht. Guck mal, der sieht ja auch wirklich nice aus. Hey Girls. Was geht ab? Okay, das haben wir ja schon gelohnt. Was ist denn? Ich wollte dich fragen, ob du für meine Tante... Tante? Der hat eine Tante? Ich wollte dich fragen, ob du für meine Tante aus dem Limonenland etwas holen kannst. Weil meine Tante geht es nicht so gut. Und die Sachen, die ich brauche, helfen meiner Tante ganz bestimmt weiter. Aber warum kannst du nicht gehen? Ich meine ja... Hey, warum soll ich denn für dich gehen? Weil ich gestern mit ein oder zwei Freunden klettern war. Und dann mitten im Klettern bin ich von zwei... Bin ich von zwei oder drei Meter Höhe runtergefallen. Und habe mir dabei das linke Bein gebrochen. Und deswegen kann ich nicht jetzt nicht gehen. Okay, mach ich. Mach ich nicht. Was weiß ich, wenn ich mach mich nicht drücken? Oh, mach ich nicht. Schade. Dann muss ich es wohl versuchen. Aber trotzdem danke. Tschüss. Wow. Jetzt... Warte mal. Okay, mach ich. Oh, neue Quest! Oh, neue Quest! Äh... Ja, aber... Äh... Haben wir jetzt hier... Haben wir jetzt hier eine Quest bekommen? Tatsache! Wir haben eine Quest bekommen! Limonade! Eine... Limonade! Zwei Limonaden! Und... Fünfzehn... Limonen! Bist du des Wahnsinns? Ah! Steht auch hier... Äh... Das... Dings... Tatsache! Wir haben schon... Eins... Wir haben schon zwei fertig! Und... Haaa... Guuuut! Dann müssen wir wohl... Dings machen! Lim... Wo ist es denn geschrieben? hier gibt es nicht warum ach du scheiße kochtet man denn bitteschön limonade will ich verarschen wie kochtet man das aber da haben wir nicht bei uns zu hause noch was man sieht von hier aus unser haus man sieht von hier aus unser haus das sieht total aus gut die bähnchen platz 1 1 ok das wird so wie gut gehen ich komme wo ist denn der schatz wo ist der danke du bist echt meine tante wird es es wird es bestimmt besser gehen dann für deine hilfe dann würde ich sagen machen wir das nächste im nächsten part und damit würde ich sagen sehen wir uns im nächsten warte ich ernte kurz lecker warte kann man schon die links abbauen hier wie lecker das soll nicht alles reiben das sehen wir jetzt alles nochmal an hier und dann würde ich sagen ich bedanke mich damit ich bedanke mich danke mich fürs zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten ja sehen wir uns dann wohl wieder ne warte ich ganz kurz noch den Rest an zack 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 noch etwas noch unser Karotten haben wir nichts mehr zack 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 ich mich in in wunderschönen haus und dann würde ich sagen ich schlafe kurz einmal und dann sehen wir uns im in der nächsten folge warte ich packe kurz hier das alles weg das leckere zeug nie das kann auch da sein und dann sehen wir uns im nächsten part glaube ich ja wir uns im nächsten tag wir uns im nächsten part wieder